Da hin! Guck da mal einer! Hier hin! Kull aus dem Platz, der brettestog ist erstmals. Die fernstehktionen, der St. 50. Der Arm hat ein Wachstum. Der Arm hat einen Wachstum. Der Arm sitzt in Bö Seeing. Ich denke, dass wir gleich mal eben schon vorgehen, dass wir hier rein. Ich denke, dass wir auf den Weg gehen können. Was ist die da? Ja. Das war's. 1 Stück für walk. Die Flügel ist in der Flügel. Was ist er da? Ja. So, da fährt er nun, der Butt, einmal noch mit dem Mast durch die Kastanie, aber passt. Und ich begleite ihn noch durch die engen Kurven, ehe er dann Richtung Kiel und dann auf die Fähre nach Schweden entweicht. Ja, möge dem Butt in Schweden noch ein schönes Segelbootleben beschert sein. Hier wird es jetzt dunkel und wir haben auch tüchtig geackert und hoffentlich geht alles klar. Hier endet auch meine Verantwortung jetzt für das Schiff. Ja. 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 Ja.